Robi gearbeitet, drei Stunden hier vorsteht Also ich bin wieder weg, tschau tschau Hupe ist schwer Ja die ist richtig geil, die Hupe ist richtig krass, oder? Sag mir nicht, da hat von Suzuki die Hupe nicht gehört Hupe doch Sie halt da ist so potenziell Nein, 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 ich schieße Was geht ab, Mann? I'm in danger Junge Ja Oh nein Sein hahck Uh Uuh Ja Und die nächste Willi, so richtig faxn Alter Oh mein Gott Na, hallo Stalker. Wieso, wieso, wieso falle ich immer hin? Und jetzt herrlich. Wieso, wieso. Auch! CDG Klick, das ist Buchhalter-Shit. Wird ein bisschen frech Hage chain ins Gesicht? Ja, ich lebe von den Verteiler an, sage ich, Wird ein riesen frech, kann er meinen Schwanz haben... Ah, fuck. I can't believe you've done this. It's time to starve! Oh, oh. Woah. Boah, das war so knapp. Meine OGs haben momentan viel um die Ort. Ich bin zweimal alleine zu euch gekommen und meinte, Jungs, holt mal bitte, wenn's geht, eure 12er ran. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Ja, doch genau darum ging ich. Wir lieben euch lieb. Und dann sagt er zu mir, er war die Letzte. Hey, heute Abend ist ne weiter... So bin ich das letzte Mal gestorben, möchte ich anmerken. Was? Gibt's halt Oma? Ach du Kacke... Ey, das ist ein Heli! Ja... Äh... Ja, ich wollte... Da wurden mir für drei angeboten... Boah, Bruder! Boah! Wild! Weiß nicht! Uuuuhhhh, that brother is floating in the air! Ach, Agent Death darf keine Leute mehr quälen. Ach, quälen können wir so trotz. Muss doch keiner wissen. Agent Death, können Sie nur einen... Bruder, wir sind alle Bastarde. Ich glaub, das Messer ist schlecht da rein. Ach so. Das ist dein nächster Frankfurter. Ich bin ein Frankfurter. Du bist ein Hund, du. Das war geil. Und dann wurden wir angehalten von so einem Schiff. Die haben sich aufgeregt. Was werden wir da machen? Oh, ich glaub der stürzt ab. Ich hab letztens mitgehört, dass du mich gebildet hast. Wie ein Nicknack-Disters. Ich kann dir sagen, was das ist, mein Bester. Ja, dann dreh du auch mal nach vorne. Das sind Nüsse, Bruder. Ey, er klappt mein Auto! Er wird so reinkacken, Digga. Er wird richtig... Komm, wir knallen die jetzt um. Mhm. Wir stürzen die von hinten gleich. Ja, weißt du, das hast du gesagt. Aber das stimmt. Ja genau, Medic ist... Auf jeden Fall nicht lost. Guck mal, guck mal. Ah, ah, okay. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh mein Gott, die klinge... Ah, mein Gott. Ah, das ist los. So, hier ist... Ah, ah. Hm? Wo ist du... Du musst mal springen. Sehr gut. Oma nach. Tschüss. Da gehörst du hinten, du Schmutz! Oh nein, sie ist tot!